So ihr Lieben, ich zeige euch heute mal unsere Camper, die fertig sind, die kurzfristig zur Verfügung stehen. Wir gehen hier auch gleich nochmal einmal durch. Heute scheint prima die Sonne. Sie fangen hier vorne an. Hier haben wir einen Ford Tourneo Kasten langen Radstand. Neun Sitzer mit Einzelsitze mit Aufstelldach oben drauf. Wir haben einen Ford Transit Custom langen Radstand, Duo Camper. Dann haben wir einen Action Camper VW T6.1 mit Hubdach für zwei Personen als Fünfsitzer. Dann haben wir einen Action Camper mit Aufstelldach und Vierschläfer als Fünfsitzer. Und wir bieten noch einen schönen Ford Puma ST an, 200 PS. Kommt gerne mal rum zu uns. Schaut euch mal alles an. Wir freuen uns. Bis dahin. Ciao.